Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 45 und heute sprechen wir über das Thema Legenden. Legenden sind doch etwas komisches. Ich habe in meinen vielen Videos über die Legenden im Porträt versucht und ich glaube, dass es mir mehr oder weniger auch ganz gut gelungen ist, diese Legenden, die teilweise gestorbenen, die teilweise lebenden Legenden zu porträtieren. Und habe damit versucht, ein Bild zu zeichnen, welches mehr zeigt als nur eine Person oder nur einen Bergsportler, sondern vor allen Dingen auch irgendwo die Herkunft, die Geschichte und die Sozialisierung, die diese Menschen oftmals begleitet hat. Denn Legenden, die entstehen ja nicht einfach irgendwie und dazu fällt mir auch der Spruch ein, dass alle Menschen irgendwie Diamanten sind und sie eigentlich einfach nur richtig geschliffen werden müssten. Ja, ich bin nicht ganz dieser Meinung. Ich glaube nicht, dass alle Menschen das Zeug zu allem haben. Ich kann mir beispielsweise nicht sehr gut vorstellen, dass ich ein sehr guter Raketenwissenschaftler wäre. Dafür fehlt mir wahrscheinlich die Kombinationsgabe, dafür fehlt mir wahrscheinlich auch, naja, vielleicht auch der notwendige Intellekt und so weiter. Ich glaube nicht, dass alle Menschen immer alles ganz gleich gut können. Ich glaube schon, dass es so etwas wie Talente gibt. Aber trotzdem glaube ich auch, dass unsere Herkunft, die Sozialisierung und das gesamte Aufwachsen mehr oder weniger dazu beitragen kann, dass wir unsere Talente entfalten können oder sie eben im Verborgenen bleiben. Viele Menschen sind auch gar nicht so talentiert oder werden auch gar nicht so in ihren talentierten Weg gedrängt, sondern finden sich dann einfach ganz von selbst und ganz alleine ihren Weg beispielsweise in die Berge. Ja, und diese Berge, die sind natürlich ein besonderer Anziehungspunkt für alle Menschen. Mehr oder weniger. Manche Menschen genießen die Berge, indem sie mit einer Seilbahn hochfahren und da oben dann auf einem Aussichtsplateau stehen und sich die anderen Berge ansehen. Andere, und das sind die meisten von den Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich, ja die gehen lieber selbst hinauf. Manche machen Hochtouren, manche gehen einfach nur gerne wandern, andere wiederum gehen gerne klettern. All das hat irgendwie mit der Natur, mit der Substanz der Natur, mit den Bergen zu tun. All das beschreibt aber gleichzeitig auch eine gewisse Emotion, die uns mit den Bergen verbindet. Emotionen, die über die Jahre entstanden sind und sie über die Zeit lang auch gepflegt wurden, sodass wir ein gutes Gefühl haben, wenn wir in die Berge fahren, weil wir wissen, dass wenn wir zurückfahren immer noch oder ein noch besseres Gefühl haben werden. Es entwickelt sich also auch eine gewisse Vorfreude. All das entspricht aber keineswegs den Vorgängen der Professionalisierung. All das entspricht höchstens noch den Vorgängen eines Alltags, einer Freizeitbeschäftigung oder einer Ablenkung vom Alltag. Wir haben ja schon einmal über die Beweggründe für die Menschen gesprochen, warum sie in die Berge gehen. Und alle diese Beweggründe sind mehr oder weniger natürlich vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung, auch für mich. Die Frage ist nur, was macht denn eigentlich die Menschen, die wenigen, über die ich in den Legenden im Porträt gesprochen habe, eigentlich so anders? Das war die Frage, die mich in den letzten Tagen und Wochen besonders beschäftigt hat. Nachdem letzte Woche kein Podcast erscheinen konnte, weil ich tatsächlich einfach viel zu krank war, musste ich meine Zeit mehr oder weniger im Bett anders totschlagen und habe mich damit auseinandergesetzt, was Menschen eigentlich antreibt, nicht nur in den Extremsport einzusteigen, sondern vor allen Dingen ihre Leidenschaft dann letztlich auch zur Berufung zu machen und vielleicht auch eine gewisse Professionalität in ein doch so chaotisches Umfeld wie den Bergsport zu bringen. Der Bergsport zeichnet sich ja durch einen großen Hang zum Individualismus aus. Wir Menschen möchten alle auf unterschiedliche Berge gehen. Wir Menschen möchten alle unterschiedliche Dinge erleben, mit unterschiedlichen Personen da hochgehen, mit unterschiedlicher Ausrüstung. Wir möchten dabei unterschiedlich aussehen. Wir möchten dabei auch unterschiedliche Gipfelkreuze, Fotos und Co. machen und sehen. All das zeichnet einfach aus, dass wir Menschen alle Individualisten sind und einen gewissen Hang dazu haben, mehr oder weniger immer eigenständig unterwegs zu sein. Wenngleich das natürlich in den Bergen nicht immer notwendig oder vor allen Dingen auch nicht immer möglich ist, schaut man sich zum Beispiel mal das Thema Klettern oder die Hochtouren an. Aber sei es wie es sei, was ist dann mit diesen Menschen wie einer Gelinde Kaltenbrunner? Was ist mit Menschen wie einem Peter Habeler, einem Hans Kammerlander, einem Reinhold Messner, einem Uli Steck oder vielen weiteren Extremsportlern, die teilweise noch leben, teilweise schon verstorben sind. Es gibt wirklich, wirklich viele von ihnen, die sich über die letzten Jahrzehnte im Breitensport abgesetzt haben zum professionellen Bergsteiger, zur professionellen Bergsteigerin. All das war aber nicht immer schon so. Die Profis unter den Bergsteigern, die wurden nicht immer schon als eine Berufsgruppe anerkannt. Heute ist es nicht so ungewöhnlich, wenn man Profi-Alpinist ist. Natürlich, es gibt immer noch wenig, aber wir Menschen haben doch ein gewisses Grundverständnis dafür, dass alle Menschen irgendwie einer ganz anderen Berufung nachgehen und es auch mal außergewöhnlichere Berufe gibt. So eben auch der Profi-Alpinist. Heute gibt es immer mehr Menschen, die gerne mit einer gewissen Professionalität in die Berge gehen wollen. Dabei spricht man auf der einen Seite natürlich von der Professionalität der Ziele, also von sehr anspruchsvollen Zielen, sehr anspruchsvollen Bergtouren oder vielleicht ganz gänzlich neuen Projekten. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch über die Professionalität im Auftreten und in der Vermarktung sprechen. Der Profi-Alpinist heute lebt natürlich und stirbt natürlich auch mit den sozialen Medien. Das sieht man besonders, wenn man sich mit lebenden Alpinisten auseinandersetzt und mit ihnen spricht. Sie alle werden bestätigen, dass es ohne diese sozialen Medien einfach nicht mehr möglich ist, dem Alpinismus so zu überleben, dass man tatsächlich auch davon gut leben kann. Die sozialen Medien sind ein Becken der Aufmerksamkeit. Alle Leute, die diese sozialen Medien konsumieren, sind für Menschen, die, okay, das ist vielleicht eine etwas schräge Metapher, aber sie sind quasi der Überlebensgarant für die Menschen, die die Inhalte produzieren. Natürlich ist das Becken voll mit Fischen, aber die Menschen möchten natürlich auch sehr viele Fische erreichen, denn nur dann ist das Überleben gesichert. So betrachten viele Influencer und viele Medienmacher die sozialen Medien heute ein Becken voller Fische. Ich sehe das aber etwas anders. Ich glaube nicht, dass soziale Medien auch unbedingt damit einhergehen, dass man immer die Massen irgendwie erreichen muss, Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss und mit noch extremeren und noch unglaublicheren Bildern spektakulär für neue Reichweite sorgen muss. Ich glaube auch nicht, dass wir Menschen oder wir Konsumenten von sozialen Medien jetzt alle gleich unkritisch oder kritische Zielgruppen sind. Ich glaube tatsächlich, dass es viele Menschen gibt, die sich mit den sozialen Medien auch in einem ganz anderen Kontext auseinandersetzen als Schminktipps und Fashionberatung. Ich glaube auch, dass es sehr gut ist, dass es soziale Medien heute in diesem Stil gibt, denn ich glaube, dass sie nicht nur ein Platz für Austausch sind, sondern auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wie die Gesellschaft aussieht, das sieht man in sozialen Medien ganz gut, gerade in Zeiten, in denen vielleicht auch der Hass immer mehr zunimmt. Auch das kann man in den sozialen Medien dann sehr gut beobachten und vielleicht sogar an wissenschaftlichen Fakten messen. Gut, aber was hat das alles mit den Profibergsteigern zu tun? Naja, der Profibergsteiger von früher, der musste eben nicht immer Inhalte produzieren. Der Profibergsteiger von früher, der ging tatsächlich los und kam erst mit einer fertigen Geschichte wieder. Der große Unterschied ist heute, dass live dokumentiert wird und das ist natürlich für die meisten von uns nicht notwendig, denn wir leben nicht von diesen sozialen Medien, wir leben nicht von der Live-Berichterstattung, aber live, das hat schon irgendwie einen größeren Reiz, als eine Geschichte erzählt zu bekommen. Das sieht man einfach auch an den Vorträgen und an den sozialen Medien, wenn man das miteinander vergleichen möchte. Renhold Messner bekommt auf Social Media deutlich mehr Aufmerksamkeit mit einem Post von einem Bild von früher, als mit einem Vortrag, in dem er eine komplette Geschichte erzählt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das ist ein bekanntes Sprichwort, aber gleichzeitig ist es auch der Beweis dafür, dass wir Menschen oftmals mit Text und mit Geschichten nicht so viel anfangen können und nicht so eine nahbare Qualität vorfinden, wie das vielleicht mit einem Bild oder einem Videomaterial der Fall wäre. Deswegen erkennen die Menschen, die diesen professionellen Bergsport betreiben auch, dass es ohne soziale Medien eben nicht mehr geht. Das Ganze ist übrigens kein neues Phänomen. Die Huber-Brüder beispielsweise haben schon vor 10, 15 Jahren bei ihren Vorträgen mit Diashows und Bildern gearbeitet und auch Reinhold Messner hat das damals schon gemacht. Dieses bildliche Darstellen ist also sehr, sehr wichtig für das Verständnis dessen, was man hier tut. Die Legenden zeichnen sich aber natürlich nicht nur durch Marketing und Vermarktung aus, sondern die Legenden zeichnen sich natürlich auch durch ihre bergsteigerische Leistung aus. Die bergsteigerische Leistung beginnt eigentlich da, wo für uns die bergsteigerische Leistung schon endet. Das erkenne ich immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die wirklich weitaus komplexere alpinistische Probleme versuchen zu lösen oder generell alpinistische Herausforderungen angehen. Für sie ist tatsächlich jede Reise in die Berge ein großes Abenteuer und das unterscheidet wahrscheinlich unsere Abenteuer von deren Abenteuer sehr stark. Wenn professionelle Alpinisten in die Berge fahren, dann ist es meistens nicht wirklich diese klassische Wald- und Wiesenwanderung oder eine normale Bergtour. Es gibt dabei immer irgendwo einen mehr oder weniger großen Aspekt, der wahrscheinlich gefährlicher ist als das, was wir normalerweise tun und wahrscheinlich um ein Vielfaches größer ist als das, was wir heute tun. Auch selbsternannte Social-Media-Alpinisten tun nicht ansatzweise das, was die richtigen professionellen Alpinisten tatsächlich tun. Man sollte hier klare Linien ziehen und vergleichen zwischen dem, was eigentlich nur Darstellung ist und dem, was tatsächlich passiert. Dabei sieht man gleichzeitig, dass die besten Alpinisten nicht unbedingt auch die besten Marketing-Spezialisten sind. Es gibt Leute, die kriegen eine deutlich weitere Reichweite auf YouTube, Facebook oder Instagram als die Menschen, die vielleicht wirklich die großen alpinistischen Leistungen vollbringen. Wenn jemand irgendwelche Routen zum zehnten Mal wiederholt oder einfach noch ein bisschen schneller ist und vielleicht eine Minute schneller ist als das letzte Mal und so weiter, dann kann man das medial schon ganz schön groß aufbauschen, obwohl die tatsächliche alpinistische Leistung minimal ist. Auf der anderen Seite gibt es aber eben Menschen wie zum Beispiel einen Simon Messner, der mit seinen Beiträgen zwar eine sehr durchschnittliche Reichweite erhält, aber teilweise Projekte umsetzt, die für die meisten Social-Media-Alpinisten und Möchtegern-Alpinisten nicht mal ansatzweise im Rahmen des Möglichen wäre. Diese Menschen, die vor allen Dingen mehr Schein als Sein sind oder darstellen wollen, die können das aber auch sehr gut verbergen, indem sie ihr eigenes Auftreten immer sehr professionalisieren und sozusagen den Eindruck erwecken, als wäre alles, was sie tun, extrem. Diesen Schein sollte man aber brechen, denn er betrügt in gewisser Weise auch die Menschen, die tatsächlich noch richtig Großes leisten. Simon Messner, ich habe ihn gerade schon angesprochen, hat beispielsweise vor kurzem es geschafft, die Bonatti-Route in der Matterhorn-Nordwand zu wiederholen. Das ist eine sehr, sehr unfassbare Leistung, denn das passiert tatsächlich nur unfassbar selten. Die Bedingungen waren auch nicht die besten und sie haben für die Route sehr lange gebraucht und es war ein sehr gefährliches Unterfangen. Ich möchte hier keine Werbung für ihn machen, aber ich möchte nur darstellen, wie wenig Menschen das eigentlich mitbekommen haben. Er selbst hat es zwar natürlich in den Dolomiten dann auf dem einen oder anderen Vortrag erwähnt und darüber etwas erzählt, aber vor allen Dingen in den sozialen Medien bekam das Ganze nur eine sehr durchschnittliche Aufmerksamkeit. Man kann sich das etwa so vorstellen, wie wenn man vor einem wahnsinnig wunderschönen und sehr, sehr mühsam gebauten Haus aus der Barockzeit steht. Und man sieht dieses Haus und denkt sich, ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Haus. Und daneben steht noch ein Haus, ein modernes, neues Haus, das ein Wolkenkratzer ist. Gebaut von tausend Maschinen, ohne wirkliche Handwerkskunst, ohne große architektonische Meisterleistung, ohne viel Schweiß und Mühe. Jedoch ist dieses Haus 20 mal größer als dieses kleine Barockhäuschen und deshalb wirkt es gleich viel pompöser und eindrucksvoller. Die Liebe im Alpinismus steckt also irgendwo auch in den Details. Die Matterhorn-Nordwand zu durchsteigen, das ist natürlich etwas Unglaubliches. Auch gerade über die Bonatti-Route ist es etwas unfassbar Besonderes. Aber trotzdem wird es nicht so wertgeschätzt, wie es eigentlich wertgeschätzt werden sollte. Nicht unbedingt ist das die Schuld von jenen, die die falschen Medien oder so konsumieren. Ich sehe hier überhaupt keinen Schuldigen. Ich möchte nur klarstellen oder darstellen, wie Social Media und professioneller Alpinismus im Vergleich zum Influencer-Alpinismus eigentlich funktioniert. Diese besonderen Leistungen, diese besonderen Routen, die durchstiegen werden, das passiert fast jedes Jahr immer wieder mal. Natürlich nicht immer in der Matterhorn-Nordwand, aber immer irgendwo anders. Diese Profi-Alpinisten gibt es also. Und wenn es einen Menschen gab, der das eine und das andere besonders gut verbinden konnte, dann war das wohl David Lama. David Lama war ein besonderer Alpinist. Er kam hier aus Tirol, ist hier aufgewachsen, war erst noch Sportkletterer und professioneller Athlet für das österreichische Team im Klettern. Und dann später wurde er aber zum Alpinen-Kletterer und wurde zum Alpinisten letztlich. Er hat dann versucht, den Sprung vom Klettern zum Alpinisten zu schaffen und hat das Ganze auch mit sehr medienwirksam transportieren können. Die Frage, die sich dann viele vielleicht stellen ist, was konnte David Lama denn besser als alle anderen? Nun ja, er hatte zum ersten Mal das Glück, dass er einen sehr, sehr großen Sponsor schon sehr früh in seiner Karriere an Land ziehen konnte. Nämlich Red Bull. Red Bull stieg in einer Zeit ein, in der es vor allen Dingen darum ging, Klettern als einen neuen, modernen, jungen und sehr spannenden Sport zu etablieren. Red Bull erkannte das relativ schnell und schon sehr, sehr früh, als Klettern noch gar nicht das große, medienwirksame Spektakel war und stieg ein, viele Leute, die dann später eben noch stärker und noch prominenter wurden, zu unterstützen. Diese Sponsoren, aber vor allen Dingen konkret Red Bull, haben sich nicht unbedingt nur auf das Klettern spezialisieren wollen. Wenn ein Athlet mit einer neuen Idee in eine andere Richtung kam, dann wurde das mit Handkuss genommen. Vor allen Dingen, wenn es um einen Extremsport wie das Bergsteigen ging. Denn wie gesagt, die Menschen, die diesen Profi-Alpinismus betreiben, die betreiben ihr tägliches Tun auf einem ganz, ganz anderen Niveau als wir. Dabei spreche ich übrigens nicht nur von einem technischen Niveau. Ich spreche hier nicht nur von Schwierigkeitsgraden. Ich spreche auch und vor allem von der Gefahr, der sich diese Menschen aussetzen, weil sie einfach in gewisser Weise auch von der Gefahr leben. Ich möchte das Ganze nochmal etwas anders veranschaulichen. Es gibt Kletterer, die klettern beim Sportklettern in Schwierigkeitsgraden, die so weit weg von allem Durchschnittlichen sind, dass es fast nicht zu glauben ist, dass es überhaupt möglich ist. Einige wenige schaffen es über gute Vermarktung und ein paar gute Deals, dieses Können und diese Leistung dann dementsprechend zu nutzen und auszuschlachten. Adam Ondra, Janja Garnbrett, Jessica Pilz, das sind Menschen, die große Sponsoren an Land ziehen konnten, die mit ihrer Leistung auch finanzielle und wirtschaftliche Erfolge einfahren konnten. Auf der anderen Seite gibt es aber noch ganz viele andere Menschen, die genau das Gleiche können, aber eben keine solchen Sponsoren haben, die eben auch nicht diese unfassbare Reichweite haben, die zwar in dem einen oder anderen Klettermagazin einmal vorkommen und deshalb in der Bubble natürlich absolut bekannt sind, aber außerhalb dieser Blase, da wird's dann schon schnell relativ dünn. Klar, einen Adam Ondra kennt auch nicht jeder Mensch auf der Welt, aber doch mehr Leute, die auch nicht extrem im Klettern drin sind, als jetzt beispielsweise eine Laura Rogora. Diese Dame klettert mindestens genauso stark wie das oberste 1% aller Menschen, aber trotzdem hat sie eben nicht diesen medialen Aufmerksamkeitsfaktor für sich gewinnen können. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass man sieht, dass Leistung allein noch nicht reicht, um Aufmerksamkeit zu generieren. Auf der anderen Seite ist es aber mit Gefahr tatsächlich einfacher. Man kennt oftmals von Red Bull diese Videos mit den Mountainbikern, mit den BMX-Fahrern, mit den Fallschirmspringern, mit den Wingsuitfliegern und so weiter. Da gibt's ja noch unzählige mehr mit den Extremabfahrten von Mount Everest und K2 und so weiter. All das kennt man irgendwie. Man hat das alles schon mal irgendwo in einem Feed gesehen oder in einem Beitrag im Fernsehen oder sonst wo. Das unterscheidet aber diesen Faktor Gefahr sehr stark eben vom Faktor Leistung. Die Leistung ist natürlich sehr groß, wenn man von einem Berg mit einem Wingsuit runterspringt. Aber viel größer ist eigentlich die Gefahr. Natürlich geht's darum, das Teil vernünftig zu steuern. Natürlich geht's auch darum, eine sichere Landung hinzubekommen. Aber vor allen Dingen ist es in erster Linie gefährlich. Und dabei sind wir gleich bei einem wichtigen Punkt, der für die Profi-Alpinisten vor allen Dingen in der Vermarktung dann relevant wird. Sprechen wir also jetzt über das offensichtliche und verborgene im Leistungssport-Alpinismus. Der Leistungsfaktor oder der Leistungsaspekt ist schwer zu messen. Er ist sehr gut zu messen für all jene, die sich innerhalb eines Systems bewegen. Beispielsweise kann man sagen, dass natürlich eine Eiskletterei im Schwierigkeitsgrad W5 deutlich schwerer ist als eine Eiskletterei im Schwierigkeitsgrad W2. Wer sich aber mit dem Eisklettern noch nie auseinandergesetzt hat und in diesem Moment auch nicht danach googelt, was das bedeutet, der wird einfach schlichtweg keine Ahnung haben, was das überhaupt heißt und was heißt WI eigentlich und ist 2 jetzt mehr oder weniger als 5 oder ist es wie beim Golfen, je geringer die Zahl, desto besser. All das ist einfach vollkommen unbekannt. Man sieht also, Leistung ist diffus. Leistung muss vor allen Dingen definiert werden, um eingeordnet werden zu können. Doch Gefahr ist etwas, das können wir Menschen sehr leicht selbst einordnen. Wir brauchen dafür keine Tabellen. Wir brauchen dafür keine Vergleiche. Und wir müssen auch nicht von irgendjemandem erfahren, wie viele andere Menschen das schon geschafft haben oder nicht geschafft haben. Wenn jemand mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug springt, dann ist das ziemlich gefährlich oder zumindest gefährlicher, als wenn man unten bleiben würde. Das ist eine Einordnung, die wir Menschen alle verstehen und die wir sehr, sehr leicht nachvollziehen können. Gehen wir aber über dazu, dass jemand aus dem Flugzeug springt und er hat keinen Fallschirm, dann würden wir sagen, dass das einfach ein ziemlicher Vollidiot ist, weil der klatscht halt unten auf. Das wäre dann quasi schon wieder so gefährlich und so dumm, dass wir hier eine Einordnung ganz von alleine machen können, dass der doof ist und dass es quasi so gefährlich ist, dass es nicht mehr zu vertreten ist. Ganz offensichtlich. Aber nehmen wir diese Überspitzung etwas zurück und machen nun einen zweiten Fallschirmspringer draus. Einer, der hat einen Fallschirm und der andere hat keinen Fallschirm und dann hängt sich während dem Flug der eine ohne Fallschirm an den anderen mit Fallschirm dran und dann geht der Fallschirm auf und beide überleben. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der eine ohne Fallschirm es irgendwie schafft, in der Luft sich zu dem anderen mit dem Fallschirm zu bewegen und sich dann an ihm festzuhalten oder sich an ihm festzuklammern, festzubinden, einzuhaken, wie auch immer. Plötzlich wird es nicht mehr komplett dämlich, aber es ist schon unglaublich gefährlich. Es ist viel gefährlicher, als wenn er selbst einen Fallschirm hätte. So ist das natürlich im Alpinismus auch. Wir können wieder von den anderen Beispielen weggehen und zu unseren professionellen Alpinisten. Wer Gefahr einordnen möchte, der braucht eigentlich meistens nur ein realistisches Bild. Und selbst das ist nicht unbedingt notwendig. Wenn jemand ein Bild faket, dann kann es trotzdem den Eindruck erwecken, dass es gefährlich wäre, so da zu stehen, wie das nun eben hier auf diesem Bild aussieht. Wir fürchten uns ja manchmal auch in Horrorfilmen. Wir wissen, dass das nie so passiert ist, aber wir können Gefahren eben auch sehr gut transportieren, selbst künstlich erzeugen und dann anderen Leuten, wenn man das gut macht, auch vermitteln, obwohl es diese Gefahren ja nie real gegeben hat. Schaut man sich Freitag der 13. an, da müsste man sich überhaupt nicht fürchten, man müsste überhaupt keine Gefahr erkennen, denn all das ist nur Geschauspieler, es gibt keinen Mörder mit der Maske, niemand ist während dem Dreh gestorben. All das ist alles komplett künstlich. Das bedeutet, die Prämisse, dass Gefahr tatsächlich passieren muss, auch das ist nicht unbedingt gegeben. Wir können also sehr viel besser mit den Emotionen der Menschen spielen und ich werfe das keinem oder nur sehr wenigen Profi-Alpinisten vor, dass sie das wirklich tun, aber natürlich ist es eine Möglichkeit. Profi-Alpinisten wissen das und wissen auch darüber Bescheid, dass es viele Darsteller im Internet gibt, die gewisse Gefahren suggerieren wollen und dadurch Aufmerksamkeit generieren können, sich aber mit diesen Gefahren tatsächlich gar nicht auseinandersetzen, sondern sich entweder einfach reinkopieren oder nur so darstellen. Simon Messner beispielsweise ist tatsächlich über die Bonatti-Route durch die Matterhorn-Nordwand geklettert. Das ist wirklich passiert, aber man könnte sich natürlich auch auf den Gipfel vom Matterhorn stellen, einfach ein sehr, sehr verzerrtes Selfie von sich machen und hätte auch einen sehr gefährlichen Effekt. Die Einordnung dieser Leistungen, die sind einfach nicht möglich für jemanden, der sich mit der Materie nicht auseinandersetzt. Aber genau das kann eine Firma wie Red Bull sehr, sehr gut nutzen. Red Bull stellt einfach die Leistungen der Menschen sehr gefährlich dar, auch wenn sie natürlich sehr, sehr gefährlich sind. Das macht auch die Integrität von Red Bull aus. Jemand, der einen Red Bull-Clip sieht, weiß, das ist gefährlich. Das sieht nicht nur einfach so aus. Das ist auch was ganz Wertvolles in der Marke Red Bull, zumindest im Medienhaus. Nun müssen also Alpinisten eine gewisse Gefahr eingehen, um, ja, sagen wir mal, Aufmerksamkeit zu generieren, Buchungen für die Vorträge zu bekommen, DVDs und Videos und Co. zu verkaufen, Filme zu verkaufen, es werden ja auch immer mittlerweile immer mehr Filme zu Alpinisten produziert. All das ist also wichtig, diese Aufmerksamkeit. Die gewinnt man mehr über Gefahren als durch Leistung. Auch das haben wir schon geklärt. Integere Alpinisten, die schaffen es irgendwo auch diesen Bogen zu spannen und gleichzeitig Gefahr und auch die alpinistische Leistung unter einen Hut zu bringen. Das sind meiner Meinung nach die mit Abstand größten Alpinisten. Und ich habe in meinen Legenden im Porträt immer schon nur über Personen gesprochen, die eben beides erfüllt haben. Die auf der einen Seite die Aufmerksamkeit generiert haben und auf der anderen Seite sie aber auch durch ihre tatsächlichen Leistungen erfüllt haben. Alpinistische Leistungen sind nicht unbedingt gleichgesetzt mit Gefahren. Ich möchte nur darauf hinaus, dass diese Leistungen eben oftmals nur dann gewürdigt werden und tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, monetär vergütet werden, wenn sie auch gefährlich sind. Ich persönlich als jemand aus der Kletterszene, der weiß die Leistungen einer Laura Rogora natürlich vollkommen zu schätzen, aber trotzdem weiß ich auch darüber Bescheid, dass viele Menschen eben nicht ansatzweise einordnen können, was ihre Leistungen bedeuten und dadurch eben der Gewinn und die Aufmerksamkeit im öffentlichen Leben für sie geschmälert wird. All das ist mir bewusst und bekannt und genau deshalb weiß ich auch, dass die Gefahr eben ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Alpinisten ist. Aber kommen wir damit auch gleichzeitig zum größten Problem für diese Alpinisten. Sie sind eigentlich immer, naja, gezwungen dazu, immer neue Risiken einzugehen. Denn wir Menschen, wir gewöhnen uns an die Gefahr und das ist etwas, was man zum Beispiel auch wieder in Horrorfilmen beobachten kann. Wenn man in den ersten zehn Minuten im Prinzip die Leute zu Tode erschreckt und dann der ganze Horrorfaktor immer weiter gleich bleibt, dann stumpft man über die nächsten anderthalb Stunden ziemlich ab. Natürlich, man hat vielleicht immer noch ein beklemmendes Gefühl und man kommt sich immer noch irgendwie nicht sehr wohl im Kino vor, aber grundsätzlich hat man einfach den Peak erreicht und man fragt sich jetzt nur noch, wann der Film endlich zu Ende ist. Es braucht also einen gewissen Aufbau an Spannung, einen gewissen Aufbau an Nervenkitzel. Und Nervenkitzel und Gefahr, das ist sich sehr, sehr ähnlich. Weshalb das Problem ist, dass sich auch der Alpinismus immer weiter aufbauen muss. Irgendwann sind aber die Grenzen des menschlich Machbaren sehr gut ausgeschöpft, zumindest wenn man im nicht lebensgefährlichen Bereich schaut. Das wird wahrscheinlich den meisten Alpinisten über die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch zum Verhängnis. Man muss immer extremere Sachen probieren und manchmal spielt vielleicht gar nicht so das persönliche Interesse eine Rolle, sondern mehr so, naja, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und damit auch der Wirtschaftsfaktor. Vielleicht spielt auch der Sponsor eine Rolle, der sagt, naja, hey, wir müssen jetzt diese Leistung irgendwo steigern. Wir leben in einer Gesellschaft, in der alles immer mehr werden muss, immer besser werden muss, vielleicht auch immer schneller werden muss. All das trifft sich aber nicht gerade gut, wenn man dann vom Alpinismus ausgeht, der sehr stark davon lebt, dass es einfach natürliche Grenzen gibt. Deswegen gehen Menschen mittlerweile im Winter auf den Mount Everest und nicht über den Normalweg. Deshalb gehen Menschen mittlerweile auch über brüchigstes Gelände in irgendwelche Touren, von denen sie nicht wissen, wie die Bedingungen sein werden und so weiter. Es geht darum, die Dinge bis an die Spitze zu steigern. Nicht unbedingt, weil man etwas wirklich Sinnvolles, für sich selbst Erklärbares erreichen möchte, sondern einfach, weil es schon die logische Konsequenz aus der gesellschaftlichen Entwicklung heraus ist. Das alles ist aber nicht unproblematisch, denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen ein natürliches Empfinden von Angst, Risiko und Gefahrenabwägung haben. Und irgendwann wird der Punkt kommen, an dem diese Leistungen auch einfach abflachen werden oder, und das ist die schlimmere Möglichkeit, einfach immer mehr Menschen sterben werden. Die sterbenden Alpinisten werden tatsächlich weder mehr noch weniger in den letzten Jahrzehnten, aber wir haben ehrlicherweise auch keine sehr repräsentativen Zahlen. Denn während am Anfang des Alpinismus sehr viele Menschen immer wieder in Versuchen der Erstbesteigungen gestorben sind, darf man nicht vergessen, dass heute immer noch so viele Leute sterben wie damals, jedoch das technische Equipment deutlich, und damit meine ich wirklich, deutlich besser wurde. Die Frage ist also, sind nicht am Ende des Tages heute vielleicht mehr Menschen gestorben, aufgrund von Gefahr, aufgrund von einem gewissen Risiko, das man falsch eingeschätzt hat, aufgrund von Druck, den man durch die öffentliche Presse hat, oder durch den Sponsor, als früher? Das ist eine offene Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Es gibt keine Antwort darauf. Früher sind die Menschen oftmals gestorben, weil sie nicht einfach so umkehren konnten, weil ihr Material versagt hat, weil das Hanfseil riss, weil es vielleicht keine Hütten irgendwo gab, weil es keine gute Infrastruktur gab, weil es keine warmen Schlafsäcke gab, und weil sie irgendwo erfroren sind auf den Bergen. Diese Menschen sind nicht aus Leichtsinn gestorben, sondern aus Pech und aus dem Pech heraus, dass sie einfach in einer falschen Zeit aufgewachsen sind und ihre alpinistischen Probleme trotzdem lösen wollten. Heute sterben die Menschen selten, aufgrund von technischen Problemen, aber immer häufiger durch Lawinenabgänge, immer häufiger durch Steinschlag und immer häufiger dadurch, dass sie irgendwo in sehr exponiertem Gelände abstürzen. Gerade Letzteres trifft aber irgendwo auch wieder zu, wenn man sich in die 50er und 60er Jahre begibt, gedanklich. Denn auch da sind viele Menschen gestorben, weil sie eben sehr exponiertes Gelände betreten haben, weil sie sich dann eben irgendwo verstiegen haben oder weil sie irgendeine Gefahr nicht einschätzen konnten, weil es komplett neues Terrain war. Auch diese Vorgehensweise gibt es heute noch, aber man muss dazu sagen, dass sich hier die Schwierigkeitsgrade, von denen wir sprechen, definitiv von damals unterscheiden. Der Profi-Alpinist ist also ein Marketing-Genie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist er auch ein alpinistisches Genie. Natürlich gibt es Menschen, die nicht beides sind, sondern nur Leistungsgenies, wie beispielsweise viele Sportkletterer und nur Marketing-Genies wie manche Influencer. Aber die Kombination aus beidem, das macht meiner Meinung nach einen wahren Profi-Alpinisten aus. Mich würde interessieren, was ihr von der Thematik haltet, ob ihr Profi-Alpinisten auf Social Media folgt oder ob ihr die Legenden im Porträt gesehen habt und wie ihr diese Geschichten von den Menschen fandet, wie ihr generell diese Menschen als Lebenswerk fandet oder findet immer noch. Und vor allen Dingen würde mich interessieren, was eure Meinung zum Profi-Alpinismus ist, ob ihr der Meinung seid, dass es das wert ist, sich mit diesen Gefahren in den Alpen oder auch Anderwo auf der Welt auseinanderzusetzen oder eben nicht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet oder auch gerne an kontakt at alpenacademy.at Eure Meinung hinterlasst. Ich lese alle Mails immer sehr gerne und freue mich immer wieder über neu. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg Heil.